Für vierjährige Fähre hat man alles nicht vergessen, für die Fähre zum Teil, das Freiland-Turnier erst, das Freiland-Turnier sowieso, also das hat die Reiter eben auch für die Früche, und wie gesagt, das Fähre ist hier. Hier waren jetzt die 70, Dr. Schaumann, und Dr. Nadja Engel-Lutz, für den drei von den Kämpfer. Hier sind die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. A, X, einreiten im Arbeitsplatz, X, halten, grüßen. A, X, einreiten im Arbeitsplatz, X, halten, grüßen. Da hinten. Die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. Die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. Die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. Die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. Die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. M, F, Dr. Verlängern, Leichtrabe. F, Arbeitskraft ausdrücken. Die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. Die 50, Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann, und Dr. Schaumann. Sie halten. Im Arbeitstempo antraben, C, H, I, Arbeitstrap. E, B, auf die Mittelzirke geritten. B, im Arbeitstempo links angaloppieren. B, I, Arbeitsgalopp. E, ganze Bahn. M, M, Galopp, Sprünge unterlängern. Zwischen N und C, Arbeitsgalopp. Zwischen C und H, Arbeitstrap. H, B, durch die halbe Bahn. Inklusive der überschreiten, äh, überschreiten der Laufzeit, haben wir 8,25 Schmachpunkte in 53,74 Sekunden. B, im Arbeitstempo rechts angaloppieren. A, Arbeitstrap und ganze Bahn. K, X, M, durch die ganze Bahn wechseln, dabei Dritte verlängern. N, Arbeitstrap, E, B, I, auf die Mittelzirke geritten, dabei Leichtraum und Zügel aus der Hand trauen lassen. Vor, E-Zügel wieder verkürzen, aussitzen, E, ganze Bahn. A, auf die Mittellinie abwenden, X, halten, grüßen. Regierer, aufgezählen, schärmann. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020